Hallo Freunde der Spiekutur und willkommen zurück in Remember Me. Ja, wir wurden jetzt irgendwie in den Backup-Server reingezogen. Hm, jedenfalls kann ich nichts angreifen gerade. Oder die Madame hat mich jetzt irgendwie hier rüber katapultiert. Okay, ich muss rüber springen. Hm, war ja klar. Ich habe ein neues Spiel. Ein besonderes Spiel. Nur für dich. Willst du eine Privatstunde? Gehorche! Diesmal solltest du für immer bleiben. Spielen wir noch einmal. Na, okay. Gibt keinen für rostigen Frieden. Oh. Oh. Huh. Nein, so einfach geht's nicht. So, Dost Attack. Wo ist er? Oh, bin ich zeitlich beschränkt bei dem Scheiß? Ah, Hilfe. Ich wünsche, ich könnte irgendwo markieren mal. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Okay. So, okay. Nein! Ah, verdammt! Das ist nicht fair. So einfach kriegst du mich nicht. Ja, das seh ich gerade. Komm, mach ein paar Wachen, danke. Nein, so einfach geht's nicht. Aua, warum beschießt die mich jetzt auch noch? Boah, es kommt alles zusammen. Au! Jetzt reicht's mir. Runter mit dir. Au! Komm, bitch. In your face. Where are you? Nimm die Bombe von mir. Ja, viel Spaß. Erbärmlich bist du. Ah, ich hab jetzt schon wieder Heil-Kombo. War der XY-Kombo, ne? Du hast nichts gelernt, während du weg warst. Wo bin ich doof? Nein, ich hab sie doch nur angegriffen. Naja, wenigstens fängt man ja in der zweiten Stage an. Gehorche! Komm zu mir, Nellen. Finde mich, Nelluk. Meinst du mein kleines Spiel? Nelluk? Nelluk! 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 Ja, genau. Ich drück nach hinten und der rollt nach vorne. Komm, ey. Nelluk! Nelluk! Dein Widerstand begeistert mich, Schatz. Knie vor mir, huldiger Meer. Kann ich den, ah, ich kann den Roboter sogar für mich nehmen. Beter zu mir! Beter zu mir! so eine kinder kacke toll es wird gar nicht angezeigt dass ja die bombe wäre eigentlich besser für sie toll ein hit konnte jetzt machen man muss ja echt sagen das spiel könnte auf jeden fall besser funktionieren wenn denn die kamera nicht so scheiße wäre oder wenn man die moves macht komm lad deinen scheiß auf was war denn heil ich vergesse immer wieder die kombo rein folge ich bin einfach zu dämlich mit tasten rein folgen zu merken und dabei ist das einfach so einfach nein nicht respost in frieden ja feuer doch auf die hey das gibt es nicht ich konnte nicht mehr weiter auf die feuern hat nicht funktioniert habe taste gedrückt boah echt so eine kinder kacke komm wir machen wir machen mal hier na dann kann ich wenigstens immer mal ein bisschen regenerieren huldiger mir Gehorschen! Na komm! Geht doch! Ah, ich hätte schon viel länger mit dem Heißschlag arbeiten müssen. Also mit so einem Reihen, diesem Billig-Heißschlag. Bitte zu mir! Arschlecken! Weg! Du bist mein! Diesmal solltest du für immer bleiben. Komm! Zeig's ihr! Ins Gesicht! Komm, komm! Terminieren! Ich hab fast vergessen, dass ich ein paar Tasten drücken muss wahrscheinlich. Komm, komm, komm! Wir sind in der Matrix! Uns kann nichts passieren! Scheiße, ich hab nicht gesehen, da ich A drücken muss! Du bist mein! Mein! Senkt die Augen vor Madame! Jetzt muss ich nochmal! Dein Widerstand hat mich scherz! So, jetzt aber! Und jetzt kommt das mit dem A! Schussschild! Ich dachte, ich numme sie dafür, damit ich den Aufprall auf dem Boden überlebe. Oh, mir ist so schlecht! Ah! Sehnscheid-Entzündung! Und jetzt überlaste ich sie, weil sie eine doofe Tuse ist. Hauptsache, ich bin absoluter Serienmörder! Die Schule ist aus, liebe Madame! Upgrade! Der Force-Spammer bewegt Geräte aus der Ferne, indem er ihre Kontrollsysteme überlastet und in ihren Prozessen eine konstante Menge wertloser Daten einlagert. Aha! Madame ist ausgeschaltet! Nimm Ihren Force-Spammer, um die Gedächtnisserver aufzuknacken! Und jetzt, oh, noch mehr Joy-Pets... Äh, halten Sie den Server eingeloggt. Bewegen Sie eher horizontal, um die Chivrierung zu fahren. Und jetzt? Jetzt kann ich gar nichts machen! Ah ne, da! Boah! Boah, immer so ne Kinderkacke! Und warum muss jetzt sowas sein? Ich finde, da ist schon das unnötigste Rätsel aller Zeiten! Vor allem, warum muss ich's einmal dechivrieren, dann zurückmachen? Und jetzt habe ich alle Gedanken der Häftlinge befreit und jetzt gibt's Party! Gedächtnisbefriedungsprotokolle ausgeklingt! Synchronisiere Backup mit Ursprungsspeichermedien! Du hast es geschafft! Du hast die Erroristenrevolution neu gestartet! Alle unsere Kameraden haben ihr Gedächtnis wieder! Zelle um Zelle geschändeter Gehirn! Zelle um Zelle geschändeter Gehirn! Alle bekommen ihr gestohlenes Gedächtnis zurück! Die Neugeburt! Noch hungerlos sind ihre Köpfe voll Zorn! Die Neugewonnene Freiheit befeuert vom Hunger nach sofortiger Tat! Und totgeglaubte Überzeugungen! Gestärkt in der Gefangenschaft! Entsteigen sie dem Chaos, eine neue Menschlichkeit zu schmieden! Nichts hält unsere Kameraden auf! Wo ist mein Gedächtnis? Ich fühle nichts! Keine Sorge! Wenn etwas hier funktioniert, dann ihre Backups! Deine Zeit wird kommen! Edge! Edge! Die Wiederherstellung war nur partiell! Es gibt immer noch Löcher! Ich fühle es! Weiße Flecken! Das war nicht alles! Komisch! Vielleicht hat Madame dein Gedächtnis woanders ihn übertragen! Oh Gott! Mein Verbrechen! Ich erinnere mich! Ich habe ihn getötet! Sir, die Zeremonie im Gericht beginnt in Kürze! Wir sind auf dem Weg in die... Ich weiß, ich weiß! Warte eine Minute! Anruf Alexia! Verbindung unmöglich! Bitte Nachricht hinterlassen! Alexia! Verdammt! Ruf an! Ganz Paris schaut sich meine Ernennung an! Du kannst mich nicht hängen lassen! Ich brauche dich dort! Nachricht aufgezeichnet! Egoistische Kuh! Egoistische Kuh! Egoistische Kuh! Ich gab dir alles, Frank! Ohne Mohren! Meine besten Jahre! Blödsinn! Du ruinierst meine Karriere bevor sie anfängt! Weil ich auf nem Foto nicht neben dir stehe? Du spinnst, Frank! Ich hab keine Lust mehr! Alex! Wage es nicht zu gehen! Fick dich, Frank! Alex! Bringen Sie vor den Arzt, du Alexa zu töten! Und das werden wir nämlich jetzt beim nächsten Mal machen! Bis dann, Freunde der Spielkultur!